Mehr Weg ist klimafreundlicher als ein Weg, weiß jeder. Fahrradfahren ist klimafreundlicher als Autofahren, weiß auch jeder. Aber ist eine Hähnchenbrust klimafreundlicher als ein Lachsfilet, weiß nicht jeder. Das können wir von Dussmann Catering jetzt beantworten. Denn mit der Software von Eternity können wir die CO2-Bilanz unserer Mahlzeiten und Einkäufe automatisch und täglich messen. Von der Herkunft und Produktion, über die Verarbeitung bis zum Transport der Zutaten. In unseren Speiseplänen verrät deshalb ein kleines Icon, wie klimafreundlich unsere Gerichte sind. Das freut unsere Gäste und unsere Umwelt. Die klimafreundlichen Gerichte von Dussmann Catering, Unser Beitrag für eine grünere Welt.